So Freunde, ich wette, es hat noch niemand eine krassere Exkursion bei einer JBL Boombox 2 gesehen und falls ihr mir nicht glaubt, seht einfach selber. Das war's, oh Mann! Scheiß! Oh, shit, 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 shit! Oh, jetzt, jetzt, oh, Freunde, Digga, jawoll, guck dich das an, naja, kommt eh bald neuer Membran rein, also easy. So, und jetzt an die ganzen dummen Hater, die jetzt sagen, oh, warum macht der die Membran jetzt noch mehr kaputt, Digga, ich klebe so eine Scheiße nicht, wenn du das klebst, das geht auf jeden Fall immer wieder kaputt, Digga. Und, Digga, ich bestelle mir einfach einen neuen Membran, hole mir einen neuen Membran, mach den drauf, dann ist es wieder easy, dann kann ich den ja jetzt ruhig schrotten, oder? Ist egal, aber kleben tue ich das nicht, ich bin nicht, ich bin keine 12 mehr, ich klebe das Ding nicht mit Heißkleber voll, bis zum geht nicht mehr, okay, ciao.